Er ist weg. Haben wir ihn umgebracht? Hallo, Mann. So. Ich bleib drin. Na klar. Morgen, Jungs. Und auch Mädels, wir haben heute eine dreifache hier. Dreifach? Scheiße, das ist auch neu anfangen. Nein, das würdest du hin. Zweifach, wolltest du sagen. Du wolltest sagen zweifach. Nein, dreifach. Ich wollte es nur anders sagen. Okay, sag wie du sagst. Wir geben es euch heute dreifach. Jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Ja, warum? Zweifach. Es ist zweifach, weil 1 zu 5 kann man schon. Es ist ein Box of Horror Update. Und es ist eine Map. Du hast recht. Läuft bei dir. Ich wollte ja das sagen, als es ein Box of Horrors ist. Wiederhoche. Drei. Ja, okay, was wolltest du sagen? Es ist Box of Horrors und es ist eine Custom Map von tatsächlich Shadow Dancer. Ja, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Ich hatte recht. Und ein Update. Was für ein Update? Ja, von Box of Horrors. Ticke nicht. Das ist die aktuellste Version. Box of Horrors ist Box of Horrors. Also was labern wir eigentlich? Was starten hier? Intro weg, oder? Du musst hier vor allem die Map loaden. Klar. Wusste ich doch. Wo wohnst du heißt die. Ich glaube, ich weiß noch, warum man die so genannt hat. Der wollte doch immer, dass wir irgendwie auf diese Map eingehen, wo du da einmal gepostet hast. Also in die Beschreibung gemacht hast. Der Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr euch sie angucken. Und wer sich noch nicht markiert hat, kann sich markieren. Genau. Da kann ja jeder jederzeit drauf gucken. Ja, ja, eben. Ich weiß nicht, was man da so sagen soll. Bis jetzt haben sie jetzt nicht so viele markiert. 41, wo ich jetzt geschaut habe. Und der Mark hat. Ich meine, die haben 1300 Abonnenten. Wir gehen auf 1400. Und zum Zeitpunkt des Films haben wir 1400. Ja. Man kann ja sagen. Ich meine, es interessiert mich einfach, wo die Fans so herkommen. Ja. Die müssen es ja nicht mal hier genau markieren. So einfach so die Stadt oder die größere Stadt. Ja. Dass man so wissen, so grob aus der Gegend kommen unsere Zuschauer her. Das wäre doch cool. Das war jetzt aus Bayern. Der Shadow Dancer war ja aus Bayern, oder? Das war ja aus dem Film da voraus. Glaube ich. Und sonst waren noch... Aus dem Porto waren viele. Ja, das ist Bayern und Porto waren, glaube ich, die meisten. Ist auch logisch eigentlich so. Kann man sagen. Alter, was ist da los? Schon voll krass aus. Und der Sonne ist voll weit, finde ich. Das ist so ein Nachklang. Nein, mache ich mir als Klingelton. Achso. Und jetzt kommt derselbe Raum in einer anderen Zone. Okay. Ich will nicht sagen, eine andere Zone, aber ein anderes. Beam. Beam? Oh, nee. Das ist diese Brücke, oder? Das ist der Crystal. Crystal Crystal Death. Aber ist dann der gebracht? Da kann man doch nichts machen, oder? Gucken wir da was machen. Du bist dann kristallisiert, glaube ich. Oder war da irgendwas Specialiges? Ne, glaub nicht. Lassen wir das mal lassen. Ja, vielleicht hat sich was gechanged. Man, geh mal durch die runter. Ja, hat den Raum auch dahin gemacht, dass wir reingehen, oder? Wir müssen dafür dann sterben. Ja. Ich glaube, wenn du sobald da reingehst, dann bist du infiziert hier mit dem Crystal-Virus. Crystal Death. Ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Aber das sehen wir dann schon. Hast du auch gut gehört? Das hat so gut gemacht. Nein, Belong. Ja! Ganz leicht. Oh, komm nicht rein. Okay. Ja, gut. Dann ist es wurscht. Geh raus. Und wenn du dann hier Crystal Death tatsächlich hast, dann ist dein Schicksal scheinbar, an dem man bis 7,5 Stunden angekommen ist. Warum Death mit E? Death, Crystal Death. Crystal Meth. Meth. Meth mit F. Death mit E, weil Meth mit F. Oh, da können wir rein. Ach so. Der Infinite. Ah, da können wir jetzt hier die Karte holen. Oh, die ist doch schon da, schon. Magic. Magic. Hast du schon wieder gehört? Nein, ich habe gar nichts gehört. Oh, lüg nicht. Du hast doch was an den Ohren. Lüg nicht. Verdammte Scheiße. Ich bin kein Zeug. Im Regal ist die Karte. Ich schneide das Video und dann beweise ich das so, dann mache ich die Lautstärke auf. Hundertfach und dann... Du kannst nicht mehr als 12 machen. Du musst es höchstens zwischenrendern. Ja, oder? Und dann wird die Qualität voll. Na weh. Für ein Ass. Un-Compressed. So, da gehen wir aber echt dann rein. Du musst es ja eh rendern. Dann mache ich es wieder leise. Ja. Genau. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das hat dann mutig den Zeug. Lag da eigentlich mal irgendwas außer? Ne, den laden kannst du auf jeden Fall mal... With Taken. With Taken. Das Wort jetzt war nicht oder? Ne, mitnehmen halt. Das gibt's nicht, das Wort. Da ist die Duck. Gesehen die Lö-Lö? Wahrscheinlich haben wir mal gesehen die Duck. Die Ventilation Duck. Einfach motherfucking Duck. Die Main-sized Ventilation Duck. Main-sized-Ventilation-Duck. Einer unserer Zuschauer heißt glaube ich so, oder? Oh, der heißt Main... Haaa... Ja, Main-sized... Das ist ein Duck. Duck. Und da war noch irgendwas mit Duck, hat er dann gebracht, ein Wortspiel. Mir fällt es aber gerade nicht an. Ach komm, schauen. Oh, er ist draußen. Hast du da, hast du schon einen. Eric? Eric? Ich liebe das Teil, Junge, ich mag nicht. Der hat jetzt gar keine laute Musik gemacht. Ich glaube, das ist mein Lieblings SCP. Hä? Darf ich mir nicht mal einen schauen? Nein, du bist vielleicht erschrocken. Oh ja, komm, geh weg. Jetzt bist du nicht mehr mein Lieblings SCP. Das erste Mal, als wir den gesehen haben, habe ich gedacht, wir haben jetzt eine Erleuchtung bekommen oder sowas. Vor diesem ersten Sound. Mann, jetzt sind wir bei dir im Raum, jetzt haben wir die Mod nicht. Ja. So ist es halt. Was soll man da jetzt eingeben? Ja, ich kann das schon mal machen. Den haben wir jetzt schon ausführlich getestet. In einem der... In einem der... Ich hänge! Da findest du auch immer. Ja, der geht schon einfach. Ruckwärts ist gerade einfach. Aber auch nicht. Das ist die Mod also? Die Treppen... Ja, mit Anlauf. Ja, mit Anlauf. Anlauf-Startgrad-Deal. Erik. Alter, er hat aufgemacht. Ich habe nicht gerückt. Danke. Ja, der bewegt sich voll flüssig. Ah, jetzt haben wir hier keine, ne? Warte doch. Ne, was? Hä? Zwei brauch ich doch. Ja. Na ja, die habe ich auch. Du hast Level 1 benutzt. Das war ein Fail, war das? Deinerseits. Oh, jetzt ist da wieder zu. Schau mal. Ne, dann mach halt einfach mal dazu. Komm, ich versuch mal da zu droppen. Ach ne, das geht halt. Ne, komm, mach halt einfach einmal Ding. Dann müsste es doch gehen. Okay, geht nicht. Ich wollte es mal testen. Einfach einmal Leerlauf. Ui. Die sounden anders. Weil ich glaube, die sind in 1 und 5 schon so. Könnte sein. Oh, die Motive. Alter! Komm, wir locken den mal rein. Geht das? Der läuft sofort weg, oder? Von dir weg, ja. Geh weg, komm, komm. No organic matter is to be inserted at any time, oder so. Ja, komm! Ja, komm! Das wäre richtig geil. Komm! Oh, Schroeder ist jetzt. Wo ist er? Da ist er. Komm, hier rein. Was stellen wir da ein? Schroeder! Was stellen wir da ein? Ja, ich hätte gesagt, oder? Ja, komm, wir tunen den mal aus. Ja, ja, ja. Dann spielt er vielleicht gescheite Musik. Ja, guck mal. Da ist es genau. Oh, der nervt mich jetzt langsam. Geh doch jetzt da rein, Mann. Okay, jetzt packt der Ton. Es kommt jetzt zurück. Fink mal übereinander. Ist er drin? Ja, stimmt. Wir haben es. Sehr gut. Was wird geschehen? Ich glaube, da passiert gar nichts. Das ist gar nicht vorgesehen, oder? Aspekt. Haben wir ihn umgebracht? Nee, da ist er nicht drin. Ja, Mann. Oh, Mann. Mach der jetzt an. Ruff, komm, Ruff. Bleib drin. Bleib drin! Bleib drin, oh Mann! Oh, was wird bisher auch hingelaufen. Ich wollte ihn wieder reinschieben. Der war doch drin. Ich will den jetzt auf Ruff machen. Aber ich glaube, er sieht echt nichts. Aber es wäre wohl lustig, weil den kann man echt gut reinlenken. Guck mal, ob er jetzt drin ist. Das war gar nicht so einfach. Aber was tun sie? Das war gar nicht so einfach. Das war gar nicht so einfach. Das war gar nicht so einfach. Ja, wenigstens hätte er jetzt die Klasse. Das ist so gut. Ja, komm. Du süßer, du. So, und jetzt. Activate. Ja. Ah, jetzt passiert auch nichts wahrscheinlich, oder? Wenn es da jetzt stirbt. Nee, ich glaube, es passiert nichts. Eric? Da ist kein Event programmiert. Auf jeden Fall, dass der da drin ist. Ja, dann verfallen jetzt einfach deine Sachen. Alter, hat er mich angegriffen? Tu mir ein bisschen. Alter, der kann mich attacken? Ich mein, vielleicht ist es in der Mod nur. Könnte doch sein. Nein, das geht nicht, weil der jetzt da ist wahrscheinlich. Ah doch, guck mal. Ja. Ja. Und die Gaspers, oder? Da schau dich mal. Das krieg ich nachher hin. Machen wir gleich verifieren, weil diesmal haben wir drei. Hier, die Chance ist hoch. Ach, plötzlich. Das verdreifacht sich ja die Chance. Vielleicht kommt jetzt auch mit raus. Da stecken die Karten so in seinen Körper. Ich stelle dir in den Augen, sind ganz viele Karten. Ja. Guck mal, mach ich einmal, das gibt's doch. Ja, das kannst du trotzdem machen. Einfach noch öfter verifieren. Und das geht? Schau, da hat dich glaube ich echt verletzt. Ja. Du dumpelst so ein bisschen. Du musst Strange Bottle machen. Zwei Navigator. Kann dich aber auch potenziell töten, das weißt du. Ja. Da ist eine Karte verschwungen. Ich habe ihn noch nie gesagt. Der pfeift, Junge. Merkwürdig. Erich, fine, ja? Ja. Erich? Doppelt oder nichts? Guck mal, ich glaube, jetzt will er immer da rein. Jetzt denkt er, das ist sein Zuhause. Er will gar nicht mehr raus. Du hast einen Strange Bottle, wenn du dich reißt. Ich glaube nicht, dass du dich von alleine... Recovern kannst, oder? Meinst du, das geht? Aber wo ist denn eigentlich eine Karte eigentlich hin? Ja, weg. Oh. Wie heißt das? Sollen wir ihn mal weg tun? Das nervt. Dematerialisiert. Ja. Warum ich tue ihn weg? Das ist desintegriert. Zu jeder Atomalen Bestoffenzeige. Das soll raus. Komm her. Jetzt bleibt er da drin. Ich glaube, ich kriegst einen Finger. Gott, ich denke es... Das war cool. Ich sehe gar nichts. Er hat zugemacht. Bist du jetzt schön? Ja. Lustig. Er macht die Tür zu. Der Dude macht die Tür zu. Wie viele Dezibel macht der? Keine Ahnung. Der hat mich echt... Blödest du? Ja. Schon mal auf dem Boden? Seidig. Blut. Was für ein Spottel? Ich hab die doch nicht. Ja, dann nimm den Medicaid und mach das ein Spottel. Stimmt, er ist ja mal. So, jetzt alles oder nichts? Stell dich da an. Die ist auch noch drin. Aber wir müssen den wegkriegen, sonst sterben wir immer wieder. Ne, mach mal an. Der Spottel kommt auf der anderen Seite raus. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Eric. Eric. Mann, ich fand den eigentlich cool, den Typer. Jetzt nervt er mich. War mal cool, ihn gesehen zu haben, aber eigentlich ist das ein normales SP. Okay. Und? Die Karten haben sich dazu falsch. Level 2. Was heißt das? Schläfrig, oder? Ich glaub nichts Gutes auf jeden Fall. Und wir guten immer noch. Der Töne wird so hart. Ja, das ist eine Kack Episode wieder. Merke ich schon wieder. Und die Karte. Und ein Laufspark. Und eine Sterbe. Ah, ich mach jetzt mal die Person wieder frei. Ja, wenn du keine Heilmöglichkeit findest, dann... ...wirst du... ...auf kurz oder lang... ...idendig zu Bunde gehen an deinen Schätzungen. Da hast du wohl recht. Da müssen wir schnell die Karte nehmen. Und hier weg. Ah, ja! Äh, live, oder? Ja. Live! Das ist ja voll chillig, dass es genau hier ist. Live oder Heel oder sowas. Oder wie heißt die Pille? Die Pille? SCP-500. Probier mal SCP-500 zu machen. Kannst du zwei, drei mal machen. Ich wollte mal safen. Nö. Hm. Okay. Sag mal, du bist jetzt nicht gesaved. Jetzt kannst du auch mal safen, Alter. SCP-500. SCP-500. Ach so, das ist rückwärts. Ach, das ist halt nicht. What? Out of range. Dann machen wir... ...live. Ich hoffe, live ist das, was ich denke, oder? Live ist gut. Live ist live, oder? Drguma-Rage. Oh, scheiße, ich sterbe weg. Better than ever. God! God? Dann sind wir im God-Mode, oder? Was ist God? Ich werde sterben. Ich fiel, glaube ich, in die Luft. Ja, und dann ist die Pille vorbei. Aber jetzt fiel ich doch besser, oder? Doch schon. Naja, scheiße, ist wieder blurry. Oh, fuck. Dann mach halt Heal. Ich würde Heal machen. Mhm. Schau mal die Scheiße hier weg. Habe ich wohl die Spur hinterlassen hab, ey. Heal. Was ist das? Gibt's? Ey. Das, was du sagst, gibt's immer noch. Was können wir da machen? Aber Gott, ähm, kam ja was. Wenn wir uns doch irgendwie heilen können. Oh nein. Oh nein. Das heißt gar nichts. Oh, aufgefangen. Was? Es gibt keine Phantasmus. Das ist für ein scheiß Automat, hä? Nein. Ich weiß schon, was du gedacht hast, als du mit dem Maus auf der Zehe warst. Cola. Ach so. Was hast du gesagt? Halt. Was bist du eigentlich nur mit? Das ist für mich gar nichts. Ja und? Ja, wie komm ich jetzt wieder weg? Es, Kappe. Harry, ich kann nicht. Es, Kappe? Nee, geht nicht. Hopp. Wollt Pi schreiben. Nein, jetzt ist es egal. Jetzt bin ich wieder weg. Ach, Pi's. Nein, Pi. Pi. Pi, Pi. Ja, du stirbst. Wieso, ich bin Gott? Ich bin Gott. Es funktioniert nicht. Kannst du vergessen. Das hat einer mal geschrieben, dass man so legal, legal in den God Mode kommt. Und da kommt man wieder nicht drauf. Du kommst nicht, wenn du mit dem Hofer so stark verletzt wirst. Der humpelt nur noch. Der haut den Haut hin. Dann sind voll die geilen Effekte auf den Friesen. Ja, gut. Also nochmal Schluss an der Stelle, glaube ich. Wir können in die Kommentare schreiben, ob es eine Möglichkeit gibt, CCACP 500 mäßig an dem Automaten zu heilen. Weil mit live funktioniert es scheinbar nicht. Ich glaube, wenn man blutet, kann man gar nichts mehr machen, oder? Weil immer wenn wir geblutet haben, hat auch... Ja doch, SCP 500 kann dich heilen. Und ähm... Genau das würde mich auch mal interessieren, wie man sich bei was heilen kann. Potenziell. Aber dann machen wir hier Schluss. Jawohl. Achievements. Alles richtig schönes gemacht. Crystal Death. Wir haben den Cup of Achievement. Oh, da muss ich mal Achievement probieren. Und wir haben... Didn't use console commands. Es gibt auch ein Achievement für Not Save The Game. Was ist das? Shocking circle. Old man through a Tesla game. Achso, das haben wir schon mal drauf. Smoking. Haha, das ist das erste Achievement, dass du dir einen Johnny reinziehst, Alter. Corrosion. Also ihr wisst Bescheid. Ihr könnt da unten abonnieren. Liken. Und... Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr halt was habt. Die Map ist in der Description. Wir spielen das auf jeden Fall nochmal, weil das war ja jetzt... Also die Map, wo ihr euch markieren könnt, meine ich. Achso, das meinst du. Aber die Map spielen wir auch nochmal. Können wir machen, ja. Wir haben ja nicht viel gesehen, ja. Mach mal. Wenn es keine unvorhersehbaren Ereignisse bis dahin gibt. Zum Beispiel neue Versionen oder sowas. Dann muss die natürlich zuerst angetestet werden. Auf jeden. Ansonsten, wenn es nichts weiteres geht, dann können wir die neue Box of Horrors auch noch ein, zwei Mal spielen. Ohne Map, ja. Da hat sich ja scheinbar auch einiges getan. Das Menü schaut richtig cool aus, muss ich sagen. Ja. Wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ich freue dich. Tschüss.